Oh lol Okay, ah cool Es gibt so ne Pfeilwände, die gibt's auch für die Decke, ne? Nice Ich hab grad nur scheiß Traps bekommen bisher Uh, ich hab ne nen Guardian Moon Guardian, nein warte, kann ich den jetzt upgraden? Nein, das ist ein anderer, das ist ein neuer Nee, oder? Doch, doch, Moon Guardian ist ein neuer, ja Ah ja, stimmt, Lion Guardian hatten wir vorher Ach, den Moon Guardian hatten wir eben grad im Deck Ich hab zwei neue Zwei neue Fallen Einmal Shield Power Up Ja Drops the power up for heroes that temporarily reduce damage tail Ja, der lässt die ganze Zeit Schilde droppen Und kriegen wir, äh Das ist schon mal gut, wenn ich den Den Nahkämpfer kaufe Später Ja Dann werd ich erstmal diese Brimstone Dinger upgrade Weil das Ding ist richtig nice Hau ich denn mein Layout den neuen Guardian rein? Wie soll ich, äh Für mich aus Man kann nur zwei haben, naja Äh, kannst nur zwei dabei haben Äh, was mit den Fallen geht eigentlich, ist alles okay Aber die, Jose, ich nehm mal die mit Lightning Damage Alles klar Kostet 1250, was ist das hier? Die kosten 500, weil Sind die bisschen dicker die Dinger Könnten die Weekly Challenge halt rein theoretisch nochmal machen Aber das wär ja ne Ich wär ja Dem nicht Eben So, gut Äh, ich wär dafür Lass mich mal kurz ein bisschen mit dem Loot-Oat-Ding anbasteln Okay Guck ich mal eben ins Ich hab 5000 Wow Ich hab 5000 Skulls 6800 Man, Rename Sag mal So, Traps Die Dinger Die, 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 die 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 kommen muss bei der wenn ihr Leben oder so wir sind ja ich bin auch gleich fertig ok so die Fallen, die definitiv, die definitiv die, die Stumpdinger auch die Hurikaden immer das letzte Ding wir haben keine, wir haben keinen Kessel-Dings, ne? keinen Kessel oh, nee hast du einen Kessel-Guardian? Moment oh, nein, es sind nicht nur immer die gleichen Level The Wall zum Beispiel hatten wir im letzten Dings nicht ja, nicht alle, aber einen oder zwei von mir erst können wir starten, übrigens hast du deine Gilde-GTS ab 10, ne? das dürfte ich eigentlich mit dem nächsten Level haben äh, mit dem nächsten Map so, wir müssen gucken, wo wir hier bauen können komm, wir machen mal, ich nehme mal die Miele-Fritzen okay dieses Wolf-Fritzen ich habe mir extra gerade so einen Teil für Nah-Angreifer-Fritzen geholt mal gucken kann das nicht werden ein bisschen rumprobieren hier wird ja auch mal langweilig mit Gabriella mit Maximilian nicht Ella, 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 E, 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 E Anna-Moi, A, Abralla Anna-Moi, Gabri-Ella Ella, Ella so ungefähr ja mal gespannt auf diesen komischen Wolf-Fritzen ja, wie gesagt, im Video fand ich ihn jetzt nicht so gut kann auch sein, dass ich einfach weiß aber liegt auf dem Nah-Kämpfer wahrscheinlich weil es ein Nah-Kämpfer ist ja, du hast ja vorhin schon gesagt du bist nicht Nah-Kämpfer-Type denn wäre als erster zu empfehlen dieser mit dem weißen Bart der Dumbledore-Fritzer oder Gandalf, wie auch immer ich will mir Zoe als erstes holen du hast ja 15.000 Skulls, Alter naja, deswegen 15.000 Skulls ich muss mir jetzt erstmal die Fähigkeiten durchlesen das ist ja der normale Angreif vielleicht wird die 2... ähm, die kommt zuerst noch nie oben wieder, okay so, hier können wir wahrscheinlich nicht zu bauen doch, können wir okay, Nitschke, ich hab schon mal eins zugebaut das heißt, sie werden nur hier lang rennen lol lauft meine kleinen Schädlinge so, die Map hat einen Kämmer doch schon ja, ich hab halt zu gebaut also hier zu machen, ne hier ja ja so laufen sie nämlich hier lang ja und von hier oben kommen sie auch nur hier lang guck mal, hier kann ich ein Guardian planten hier brauchen ein Schild Guardian der Schild Guardian war der hier ich hab hier mal ein Guardian geplantet, ne so, wollen wir, willst du mal ein bisschen Lightning Action sehen hier vorne? yeah yeah so, komm, wir starten keine Zeit verschwenden ja, dann ja, dann dann lassen wir mal den Nahkampf hier, geile Treiber ja, du kriegst die Damage, ne ja ja, ich hab gemerkt du bist ein Held alles klar das ist noch ein Känke, danke rein aber warum bin ich vorher nach vorne gestohlen? ich muss ihn lang, ich muss da ne, man da viel engage Nein. Ja, du kannst auch um den Strom alle möglichen Fähigkeiten. Das ist natürlich auch nice. Ja, ganz gut. Wow, da hat sich grad ein Goblin bei mir weggebuckt. Ein Ork. Oh, ich liebe meine Ehe, Alter. Du gönnst dir da halt richtig hart, ne? Hä? Du gönnst dir da halt richtig hart. Ja. Mach dir alles so fertig und verliere nicht mal Leben. Bup! Okay. Ich bin nicht so glücklich. Ja, der ist wohl geil, der Wolf, Alter. Der zerrippt ja richtig hart. So, jetzt kommen sie doch von hier. So, ich bleib jetzt hier, du bleibst wieder da hinten, ne? Upsie, ich habe mich fast verletzt auf das. Ich werde das nie erkennen. Ich lasse das hier. So. Ja, ja, ich zerrippt die einfach so. Ja, du könntest hier vielleicht noch bei Fallen hinbauen eigentlich, aber okay. Ja, wer braucht Fallen? Echt? Ich nehme die einfach so aus, Normale. Ja, du. Ja. Ach ja, das ist ja der neue Schwierigkeitsmodus, ne? Ja, ich habe neuen, ich habe Hohgard. Ja, der kommt hier jetzt angerannt gerade auf meiner Seite. Oh, Null? Das ist jetzt bei dem neuen Schwierigkeitsgrad so. Oh, Null? Der kämpft gegen mich. Der kämpft gegen mich. Ist ja geil eigentlich, ne? Muss ich ja schon sagen. Ist ja schon ganz cool. Ja, ich mache ihn gerade. Das ist kaputt. Ja, ich könnte hier vielleicht Hilfe gebrauchen. Ich habe gerade hier selber zu tun. Ja, du, die kommen ja alle durch, ne? Ja. Jo, die sind gleich da, ne? Ja, du hast einen Job, ne? Einen. Digga, ich zerrippe die nicht alle so wie du. Ich habe da vorne auch keine Fallen stehen oder so. Ich habe dir gesagt, ich bin nicht so OP wie du. Die haben hier auch nichts hingestellt oder so. An Barrikaden, weißt du? Wie soll ich das denn machen? Ja, Fallen hinstellen. Ja, nicht hier, sondern bei dir da beim Guardian halt. Äh, wo laufe ich denn lang? Gute Frage. Ich hatte kein Geld mehr für Fallen, deswegen habe ich doch gesagt, komm mal bitte hin und bauen ein paar Fallen hin. Ja, bin schon dabei. Bitteschön. Du willst noch ein paar Lightning Strikes haben? Bitteschön. Danke. Der ist scheiße platziert, oder? Ja, ich gebe dir sogar zwei meiner Live-Wächter, bitteschön. Die würde ich kämpfen. Vielleicht kann zwei so eine coolen Leute herbeirufen. Dass die Ballen noch ein bisschen strukturierter stellen können, du, ne? Ey, jetzt meckere ich mich nicht voll, ja? Ja, doch. Ja, alter. Wow. Weil wenn ich dieses Clifting anmache, ne? Alter, da geht ja richtig Rage-Modus an hier. Wuh! Easy. Kannst du jetzt bitte ein bisschen strukturierter hinbauen? Äh... Hier zum Beispiel die Falle. Ey, ich will verkaufen. Ich kann nicht verkaufen. Ja, am nächsten. Wenn wir gleich Zeit haben. Na klar. Musst du dann verkaufen. Das ist ja echt doof hingestellt. Lol, hier sind welche mit Fässern. Wir haben hier halt zehn Wellen kommen hier, ne? Voll krass eigentlich, ey. Ja, ist halt ein bisschen schwieriger. Ja. Aber geht eigentlich noch voll. Ja, es soll halt... Es soll schwieriger sein, eigentlich. Ja, das ist ganz schwierig. Die kommen wahrscheinlich eh erst am nächsten Level. Also, äh... Im nächsten Schwierigkeitsgrad. So, jetzt kannst du gleich abbauen, äh... Ja, wegbauen. So, komm. Digga, der ist so geil, der Champ eigentlich. Warum hab ich den nicht von Anfang an gespielt? Ja, da ist nur einer. Okay, jetzt nicht mehr. Genau, die... Danke. Danke. Und dir an der Wand den auch bitte nochmal. Das nehmen wir dann zur Seite verschieben. Danke. Danke. Nett von dir. Hier, du kannst auch... Ne, das... Wollen wir tauschen, weil ich kann hier Schilder... Dinger hinbauen. Nö, ich mag die Rape hier. Ja, dann hast du jetzt hier ein Schild noch. Oh, danke. Drei Stück sogar. Was machen die Schilde? Ja, die hier Schild geben. Achso, okay. Was ist der Sinn von einem Schild, ey? Ja, hätte sein können, dass das irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, das der nur für mich geht, ne? Ne, ne unsichtbare Wand oder so hinbaut, weißt du? Die irgendwie drei Hits braucht oder so, um zerstört zu werden. Keine Ahnung. Boah, diese ganzen Miniviecher, ey, die sind so nervig. Bamm! 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 Ich feier diesen Wawik für Arme einfach so mega gerade. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Ja, ist einfach so. Der zerrippt so hart. Ja, klar. Das ist ganz klar, ein Wawik für Arme, ja. Das ist einfach so. Moment, einmal Schild. Du kannst starten, ne? Ja, einmal Schild einsammeln für mich. Das ist ja... Das ist ja nicht mehr normal, wie der einfach die alle zerrippt. Und ich kann die einfach alle zusammenpferchen. Und kann dann mit meiner E-Fähigkeit alle einmal so beißen, sozusagen, nach vorne. Und ich hiel mich dann halt von den... Von allen zusammen. Ich weiß nicht, ich bin low. Jo. Mal E. Halt! Komm wieder, irgendwer, ne? Auf beiden Seiten. Ja, bei mir ist auch... Ja. Ja, ich seh's grad. Guck. So, weg. Bäh, 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 Bäh. Mann! Okay, die ist stärker. Mann! Gut, dass ich hier so viele Wein geplantet hab, alter. Meins ich. Digga, der hält mich ja immer noch, sag doch was. Chill. Ist gleich tot. Ist tot. Ja, die hilft ich jetzt erstmal noch. Egal. Da wollte er den Kills zählen, aber das geht in dem Spiel nicht. Haha. Wollte ich nicht zählen. Naja. Würde ich niemals tun. Nee. Ja, ne. Das Ding ist halt, du hast halt AOE-Damage, weißt du? Ich hab halt kein AOE-Damage. Du hast auch AOE-Damage. Ja, aber du mit deinen Nahkampfangriffen ja die ganze Zeit, das mein ich. Ich hab eine E und die hat Cooldown von... Wow. Ziemlich hoch, wie's aussieht. Deine E-Hit kommt grad aber auch AOE-Damage. Das weiß ich. Meine E, ja klar. Aber die hat einen Cooldown von... ...13 Sekunden. Lol, da ist der durchgerannt. Ja, Max, ja. Ja, nicht von mir. Ja, genau. Ja, so ein Gegner hab ich nämlich nicht bei mir. Hast du ihn nächstens gekriegt? Ja, klar. Außerdem kann der bei mir gar nicht durchrennen. Nein, bei mir kommen die ja wirklich nicht durch. Das ist das Ding. Weil Leute, Tier 4 haben wir eigentlich mal erreicht. Increase Blackdown, Health Decrease, Slash and Claw to Restore. Ja, da kommt nichts mehr hin, okay. Das ist wichtig. Also wenn ich voll auf Heel mit dem gehe, krieg ich gar keinen Charme mehr eigentlich. Macht Sinn, ne? Ist schon nice. Wenn man voll auf Heel mit von irgendwas geht, dann krieg ich gar keinen Charme mehr eigentlich. Geht man keinen Charme mehr. Es ist irgendwie... Macht das Sinn. Beziehungsweise halt, äh... Leifstil. So, fertig. Jo. Schild einsammeln, hier ist noch ein Blitzy. Schild einsammeln. Ah, halt. Hast du grad echt mal die ganzen Schilde gezogen? Ah, die drocken gleich neu. Ich meine nur. Der bringt das nicht nur irgendwie was, wenn man nur ein Schild hat? Ich steck'n doch locker nicht, oder? Äh, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr neu. Digga, ich... Boah, ich hit... Ich schiel' mich mit meinem Auto-Hit zu sehr, dass ich meine Heel-Fähigkeit gar nicht mehr brauche, oder? Oh, nice. Ach, ja. Ey, bei mir ist keiner durchgekommen. Wie sieht das bei dir aus? Ich hab ja doch nicht durchgekommen. Ja, ich hab hier überall fein geblendet, ist ja alles okay. Ja, alles okay. Letzte Wave, ne? So, wir haben mal ein Schild nimm kurz. So, ich nehm auch mal einen diesmal. Fällt scheiße, dass ich hier nirgends wo ein Heelding entplanten kann. Fuck. Was ist da? Ich kann ja nichts mehr bauen. Oh, from the mountain. She's me tot. Rage-Modus. Oh nein, da ist einer! Nein! Böser Junge! Nein! Oh, der Boss ist hier bei mir. Ja. Okay. Aber er ist tot. Wir sind grad ein paar von dir bei mir. Ja, ich muss mich erst noch um den Boss kümmern. Ja, alles gut. Ist ja alles okay. Ja, stark. Lass mal bitte, ich brauch das Geld. LOL, die sind da durch am Arsch! Nein, ich bin tot! Ich hab vorbei, mich zu hier. Nein! Okay, ich muss in die Haupthalle gehen. Nein, es ist einer durchgegangen, ne? Es sind vorher schon welche durchgegangen, falls das nicht aufgefallen ist. Die Dinger hier können, glaub ich, über Blockaden springen. Das könnte natürlich auch sein, ja. Weil die sind nämlich auch orange markiert sind. Ich mach doch einmal Guardian hin. Äh, woher renn ich lang? Was machen die Minions, ist ja die Frage. Ja, die kommen hier nicht an Blockaden vorbei, deswegen. Warte, warte, ich muss noch Geld... Nein, ich wollte noch Sachen platzieren. Ich weiß nicht, ob ich Sachen für 20.000 Gold ge... ...placed hab. Mann, oh. Das war ne lange Runde, Alter. Jetzt waren ja auch 10 Waves. Ja, ich mein ja nur. Hauptsache, der Wolf-Typ bockt einfach mal mega. War Mage Chest, War Mage Chest, War Mage Hero Victory Chest. Ich glaub zwar, du kriegst erst mal 3 Kisten. Yo, ich hab Pounder. Pounder? Pounder. Steamvent hab ich. Enemies that passed beneath the... Was? Beneath that when triggered. Getting physical damage. Okay. Und... Oh, Eisvent. Geil, ich kann Leute einfrieren. Ich hab Steamvent. Und Health Siffen. Siffen. Epic. Irgendwas. Bekommen. Irgend'n epic Ding bekommen. Glaube ich. Oh, 100 Skulls. Nice. Und... Oh, Flip Trap. Dein Ernst? Ich brauch keine... Oh. Und noch mehr Flip. Dein Ernst? Ich hab Pounder. Ich bekomm so viele Flip Traps hier, ey. Das ist unglaublich. Ha! Neuer Guardian. Nice. Barrikaden. Cool. Noch mehr Flip Traps. Ist das dein Ernst? Und... Grinder. Wuhu! Also, ich hab so'n Steamvent, aber ich weiß jetzt ne... Wann mal. Blow small and normal sized minions into the air. Triggered. Slows large minions trap deals no damage. Die Frage ist jetzt, haut dieses Teil die Minions aus der Welt raus? Mal gucken. Was ja... Video bei... ... ...